ich habe vergessen dass es mit acht leuten hier voll scheiß ist es wird jetzt eine richtige pro runde hier das hat er noch geschafft so nice direkt runter aber wenn man hier oben noch so viel platz hat das ist nicht so ein krasser vorteil vor allem wenn zu viele sind weil unter dir wird dann alles abgelaufen jetzt habe ich komme was zum landen doch ich bin neben ihm gelaufen und wir sind beide hingefallen einfach er ist aber weitergekommen nicht nicht läuft richtig gut bei mir hat mir richtig schön hier was hinterlassen muss ich mal sagen gefällt mir richtig gut ich bin noch so weit oben jungs ich habe so viel platz machen wir unten richtig alarm und lauf allen alles weg nur bei lila wir haben noch ganz viel lila ganz viel lila ich habe noch ganz schön viel blau das letzte jetzt bei dir auf der ebene sind noch zwei wahrscheinlich und gelb habe ich auch noch dann ganz viel jungs ich hatte noch 40 50 felder auf gelb ohne scheiß mal krass immerhin erster spiel direkt eins gegen eins im final ist auch cool mal Eddie mal 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 Untertitelung des ZDF, 2020